Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen tausendsten oder millionsten Minecraft Let's Play. Und wir haben heute mit mir, Microshenics, den Marvin und den Philipp. Und ja, aufnehmen tu ich und Marvin und Philipp, der nimmt dann irgendwann später mal auf. Ich bin der Philipp. Genau, das ist der Philipp und der, der hier im Spiel ist der Marvin. Ich bin der Marvin. Der mit dem Tor-Talk-Skin ist Philipp. Nicht die andere Schmulette, die mich hinterlegt. Oh Gott, Darker Rockport! Ja, ich weiß nicht, wollen wir hier starten oder wollen wir ein bisschen latschen? Ja, wir wollen ein bisschen latschen, aber ich tue mir jetzt erstmal so ein bisschen Ausrüstung zusammen, weißt du, damit man so ein bisschen hat. Ja, war halt egal. Also ein bisschen Holz abklatschen hier. Jo, Mäuse. Ein bisschen Holz klatschen. Klatsch, klatsch, klatsch. Ja, kann man später machen. Das ist auch eine gute Idee, ich brücke dich auf gute Idee hin. Oh, Standbild gerade, was war das denn? Ja, bei mir war auch gerade ein Standbild. Bei mir auch. Ich klopf erstmal auch mal dreimal aufs Holz, ne? Jo. Pilze. Ohhhh. Pilzuppe, Pilzuppe. Bisschen nicht so aus, ok, sonst scheppert gleich. Ich hab schon mal ne Werkbank gemacht, ne? Hier. Hier bin ich schön, ey. Ja, pd. Immer wieder gern. Erstmal ein paar Schwerterchen machen, so für Survival. Ich hoffe, du hast Monster an und hast dich so gefade wie ja damals einmal bei Feel the Beast. Ne, ich hab die gleichen Einstellungen wie von vorhin und da waren ja auch Monster. Ja, hoffentlich wieder schön offen. Aber ich hab Angst vor Monster. Die sind immer so gruselig. Du bist ja selbst eins, also. Ohohohoho. Ich bin Torteur, ich bin kein Monster. Hä? Äh, da ist doch ein Monster. Von wegen es sind keine Monster. Hä, das ist ein Puch. Oh, äh, acht Schwerter sollten reichen. Oh, Alter. Hast du die aus Holz gemacht? Ja. Oh, Alter. Hier sind schon Skeletts, Alter. Fick die Henne. Alles kalt. Alles kalt. Fick die Henne. Ja, was soll man denn sonst, äh, anal nehmen? Entschuldigung. Ey, du Vollhorst, Alter, bist du eigentlich scheiße Paul, da kriegst du ja erstmal einen Stock in die Fresse. Seh mal zu, dass du Land gewinnst, sonst scheppert es dich aber ordentlich. Wir sind doch auf dem Land, die Vollidioten, ne? Ja, du bist ja auch Vollhorst hier, ey. Ich hab mal weh, dass wir... Hast du mal in den Spiegel geguckt? Ja, ja, heute Morgen. Ich mach mir erstmal ein paar Tools. In deinem Gesicht hat auch ein LKW geparkt heute Morgen, wa? Ja, so wie bei dir. Ey, lass stehen. Ja, du... Du homo, Alter. Ich hab schon Stein, ne? Egal, ich brauch keine Tools. Echt, gib mal Stein. Ey, dieses Texture Pack gefällt mir echt gut, ne? Ja, mir gefällt es auch eigentlich. Also mit Fädern soll es geil aussehen. Ich mach dir dann auch ein paar Spitzsacken und so. Oh ja, machst du mir das auch? Du bist ja so ein ganz toller Mensch. Meine Erfahrungspunkte! Danke fürs Holz. Wer ist eigentlich der Kreative von uns? Ich. Ich war gut Bauna eigentlich. Ey, komm. Ich kann gut nix tun. Ey, Marvin, jetzt hör mal auf. Ich mach dir auch Tools, aber hör mal auf. Ja, ja. Marvin. Alter, die Waffe. Ich hab nichts, dass das schlägt. Jedes Mal mal ne Werkbank. Ja, ja, ich folg dir. Nein, komm, jetzt lass mal wirklich machen, weil wir müssen jetzt langsam fliegen. Ich scheiße, ich brauch was zu fressen. Ich will auch verrecken. Ja, deswegen sollten wir jetzt mal langsam losgehen. Fressen! Ja, mach mal direkt mal nen Ofen. Mach mal direkt nen Ofen. Ich tue jetzt erstmal hier die Schweine mit den Scheißflecken im Gesicht klatschen. Mit den Scheißflecken im Gesicht. Ja, mit den Soa-Tag sieht das so aus. Oh, du Scheiß jetzt. Hä, warum schlägst du Albinos? Das ist ja echt geil. Philipp, ich brauch noch mehr Stein. Albinos mit Flecken. Philipp. Entschuldigung, ja, ich weiß. Was ist denn? Stein. Hallo? Na, hast du, hast du ne Steinachst hier? Ja, da. Und hier hast du ein Schwert. Boah, hast du eigentlich draußen losgekommen? Ich hasse langsam zu laufen. Stein. Du hast jetzt keinen Stein für den Ofen. Stein. Ja, hab ich, aber Philipp soll mal Stein rausrücken. Philipp, Stein raus, sonst schlägt der Tod. Hier. Brauchst du auch Kohle oder so? Ja. Ja? Kriegst du aber nicht. Ja, okay. Jetzt hätt ich halt das Ofen auf, ey. So, ich bau jetzt nen Ofen erstmal. Ja, mach mal hin, ich bin halb am Verrecken. Weiß nicht von der, ich würd sagen, wir ziehen erstmal eben in die Höhle ein. Weil... Nein. Das ändert mir doch vielleicht halt bloß. Ja, aber trotzdem, das ist denk ich, war sicherer als da. So, gut. Also, brauchen wir jetzt mal ein. Genau, und Höhlen sind total sicher, ne? Da gibt's keine Creeper, keine Skelettes, kein gar nichts. Das ist hier, nix ist hier, ne? Ist ja richtig sicher, ist das hier. So, hier das. Oh, ein Licht geht auf. Ofen! Oh, oh. Ich hab schon Eisen, ne? Ja, gut. Essen, 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 essen. Ich brauch unbedingt Essen, ich bin halb am Verrecken, ja. Hier muss der Fucker, er braucht Essen. Oh, Paolo Pisser! Hä? Was war ich denn? Was war ein Fleisch geklaut? So, hier eine Spitzackel, da ein Schwert. Da liegt ein Schwert. Ich dachte, wir wollten eigentlich wegrennen. Ja, aber wir müssen uns erst mal ein paar Tools hören, bevor das überhaupt losgehen kann. Ich bin Schwerter, ich hab acht Stück. Ich hab genug Schwerter. Müssen wir nicht. Ich brauch kein Schwert, ich hab genug. Ganze acht Stück. Ah, Enderman, Alter, Mann, ist der hässlich, Alter. Der hat ja eh... Hey, what the fuck, was macht der denn hier? Ich hab mich erst mal weggekackt, ne? Ja, genau, Alter, jetzt bist du sowas. Guck mal, gefristet, ey, oh. Oh, wie der Amandelin, natürlich, Alter. Der kriegt uns nicht auf die Fresse. Du willst auf die Fresse, wenn du kriegst. Auf die Fresse. Sag mal, ich schaffer's hier. Mein bester Freund, die Kackwurst. Oh, komm. Ja, okay, das war's. Oh, mega leck. Naja, bei mir gerade nicht, also ich hab Glück gehabt gerade. Ich hab schöne 60, 70 FPS momentan, ich weiß nicht. PC noch besser mit wieder, also ich glaube, gerade. Warte, und Echo. Ja, also, ich find's nicht so hart drauf. Wie wär's mal, wenn wir weniger durchbrüllen, ey? So, okay, also wie mir können wir losgehen. Ja, ich tule gerade noch ein bisschen Fleischfarben, damit wir auf dem Wochenweg dahin nicht jetzt verrecken, weißt du? Also, ich wollte ungern verrecken. Das sollte er gerne machen, aber ich nicht. Ne, auf jeden Fall. Wer freut dich auch alles auf die IFA? Ja, schon, aber ist er noch ein bisschen. Ach, das war echt da witzig, ne? Vor allem die Zauberertricks, ey, das muss man schon sagen, hat sich echt gelohnt. Oh Gott. Die Zauberertricks. Oder die Japsen, weißt du noch, wo man einfach den Bildschirm ausgemacht hat? Vom Computer? Äh, den Computer ausgemacht. Hä, den Bildschirm, Alter. Oh, wie hart wir sind. Was haben wir gemacht? Den Computer ausgemacht, einfach mal so. Welches Jahr war das? Dieses oder jetzt? Also, das... Das war dieses Jahr, glaube ich. Also, 2013 war das. Ich glaube nicht, dass es 2012 war. Mich jetzt gar nicht so drüber erinnern. Hä, da war Malte aber dabei, ne? Vielleicht war ich ja nicht dabei. Hä, ich war nur mit dir da? Nein, zum Anfang waren wir zu viert. Ja, da waren wir zu viert, ja, genau. Also, ich habe gerade ordentlich Fleisch gefarmt, also, ja. Oh, 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 harte Sache. Wir sind hier am Pilzefarm. Pilzkopf. Hier hinten sind weitere Pilze, ne? Auch keine Pilze. Warte, ich habe den Ofen mitgenommen, weil ich dachte, wir gehen schon los. Bist du behindert und dann gib mal Kohle her, ey. Kohle, Kohle, Kohle. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Ja, ist doch, tschuldigung, tschuldigung, tschuldigung. Ja, viel zu wenig. Hä, eine Kohle reicht für acht Stück, da brauchst du doch nicht mehr. Ja, hier. Ja, das ist so. Scheiße, ja, keine Ahnung, aber ich habe nur noch das hier. Naja, bitte, komm mal her, du hast doch bestimmt noch Kohle, oder? Ja, habe ich. Finde mich doch, such mich doch. Als Maul, komm mal her. Ja, weiß ich, wo du bist? Ja, dem Loch von vorhin. Nein. Ich häng mich bei deiner Mutter ab. Oh Gott, fäng ja wie mit den Mutterwitzen an, ja. Wie Bengel am Anfang immer, hat auch immer so Mutterwitze gemacht, bis ich ihm zusammengeschissen habe und dann hat er sowas nicht mehr gesagt. Wer? Ja, Kopf, Holzkopf. Ja, ich hätte er nicht. Achso, ich hätte er nicht. Er hat dreimal auf Holz geklopft, super. Ja, schöner Leck gerade, also ich habe Kohle abgebaut und dann noch einmal. Ja, schöner Leck, also ich baue Kohle ab und die fliegt nicht weg, wo sie hin soll. Ist aber jetzt nicht am meinem Internet, natürlich. Obst, sagt. Ja, alles DSL vor dem Wind, oder? Das ist nicht mein Internet, dass du beinahst, dass da gerade der Server war. Nee, aber mir hat es auch nicht geleckt. Ich habe einen 44er-Ping, das man besser eigentlich hier hatte. Okay, in der ganze Zeit hat man einen 39er-Ping. Wo seid ihr eigentlich? Ich bin gerade Kohle am farmen. Da wird mal ein bisschen vorankommen. Oh, wow, das ist ja echt weit, also das ist ja quasi um die Ecke. Ja, so ungefähr. Ja. Wir sind allein, allein. Allein, allein. Allein, allein, allein. Das ist super toll, zwar. Holz, Holz ist überbewertet. Mann, ich finde euch echt nicht, ne? Ach, da ist... Oh, nee, das ist ein Mini-Zombie. Ein Mini-Zombie. Bist du mich hingelaufen? Hattest du mich gesehen? Hattest du mich gesehen? Oh, oh. Es verfolgt mich, es verfolgt mich. Es verfolgt mich. Bist du dem Sumpf gelaufen, oder wo bist du hingelaufen? Ich bin so im Wald, also, oh cool, ich habe eine Kartoffel und verrottet es vielleicht, super. Ja gut, kommen wir jetzt hin. Ja, warte mal, hier ist ein Brenner-Zombie. Mein Schwerter ist gerade Schrott gegangen. Ah, ich sehe einen Namen. Paul. Ja, das ist Paul. Oh, oh, oh. Das war's für heute. ja ja es ist ja wunderbar connection lost noch besser ich frage mich ob das nur bei mir so ist oder ob es am server liegt keine ahnung ich schaue mal kurz nach ich bin vom server geflogen machen wir mal direkt weiter ja ich bin gestorben ja das habe ich noch zu sehen ich bin durch die lex gestorben ja jetzt sind meine sachen wäre geil jetzt kann ich wieder zurücklaufen ich glaube zack ich krieg voll den harten ach du eilige scheiße jetzt muss ich erstmal meine sachen suchen jetzt weiß ich nicht mehr wo die waren nur die harten kommen in den garten ja aber das musst du schneiden dass bei uns alles abgekackt ist oder das bleibt scheiße qualität logi hausse eigentlich nicht ja eigentlich was war das denn gerade war ich wieder am porno download oder wann ja das war bestimmt mal auch wenn das mike war ne ich höre ich kenne ihn gleich keine ahnung ich weiß nicht das ist ja misshandlung hier ja das war wieder ein geiler doss oder sowas ja doss von wegen einer michael mit höchster komprimierung gepackt war hier wieder mit zwölf kern auslastung etc war ein uhr fünfundvierzig ja kann schon sein ja wir kommen jetzt hier wieder zurück hallo 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 ja ich komme nicht rein oder das ist einfach scheiße komm mal komm ganz normal rein stadtmeerkampf neu ok wenn du das sagst du ja das sage ich ja mein sohn das sage ich ich mache alles für dich paul du bist die liebe meines Lebens nö wo bin ich denn hier ich 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 ralle hier nicht mehr wo ich bin aber wo bin ich hallo 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 mein Name ist Angela hallo 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 ja lecker hallo 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 ja lecker gar nicht auf stumm gemacht das passiert schon mal ne ja also gut ich denke mal wir haben genug Sprengs jetzt können wir halt nicht mal langsam loslegen ach kacke man wie allererste versterben ey zrecke aber ich weiß wo meine Sachen sind ja ich auch ja ich hab meine auch schon gefunden und ich hab Paul ne Paul hier ist ein Zombie und eine Spinne Paul Achtung Misshandlung dumme Kinder kommen hey du bist doch noch weit entfernt von uns oder nicht nein er ist bei uns ah ich hab mal die Schlachter Party ja hammer ab jetzt mal lieber deine Items bevor dass du weg sind ja ja wo ist denn hier der Eingang von der Höhle und hast du Items gefunden Ahhhhhhhhhh was machen wir jetzt genau na weg laufen also ich tul erstmal weg laufen also ich tu jetzt erstmal die Missgeburt hier Entschuldigung für den Ausdruck leute aber das sind wirklich Missgeburt und guckt euch die Scheißwiche an ey, da ist ja unglaublich die Hässigkeit, da ist ja komm, die sehen aus wie Spongebob so ein bisschen, finde ich, ne? Ja Spongebob, Alter, sonst hast du alles klar im Hirn, was? Ja, die sehen ja aus wie Schwemme, weil die Sonnen sind, nicht? Entschuldigung, welches Hirn? Ah, nein, Spaß. Oh, ich hab's fettes, wir haben... Ich hab'n fettes Problem, ich werd' vielleicht wieder sterben. Der kommt hier. Kacke, ich weiß grad' ich verscheiße, ey, dieser Scheiß ist nett mit den Aim-Bot, ey. Uli. Geh weg von meinen Items. Soll ich die aufheben? Nein. Ja, äh, Paul, ne? Zick mal dein Schwertlein. Alter, hier ist ne Hexe, man will die mich verarschen. Die, die Broxberg ist hier, Alter. Ja, okay, ich würd' mal sagen, wir gehen kurz in die Höhle und dann laufen wir ganz schnell. Ja, wo ist die Höhle denn hier? Oh, keine Ahnung. Ich hab' aber schon alles mitgenommen. Ey, lass mal da oben hingehen, da oben. Ja, kannst du mir mal was zu essen geben? Warte mal, einfach mal deine Sachen. Warte mal, einfach mal deine Sachen. Und dann laufen wir ganz schnell weg, würd' ich sagen. Hä, wo denn hin? Was denn hier, Alter? Ja, keine Ahnung, einfach weg. Ey, lass doch nach oben gehen, dann nach oben. Nein, weiter weg, irgendwie, keine Ahnung. Ey, ich hab' Trank der Heilung. Ich richte schon wieder aufs Maul. Was denn Trank der Heilung? Ach, du heilige Scheiße, Alter. Ja? Der Team ist handelt. Deine Kinder misshandeln mich. Ach du Scheiße, Hilfe! Hilfe! Okay, komm, in welche Richtung laufen wir? Lass mal, lass hier hinten lang laufen. Wir laufen hier hinten lang. Nein, hier. Wo bist du? Nein, da ist Wasser, da ist Wasser. Wo Wasser ist, ist cool. Oh Mann. Ich hätte da nicht... Ja, hier. Ja, hier. Pauli, gebär jetzt noch zu essen. Ja, warte, ich musste kurz. So, ähm. Geh' mal mal auf mein ganzes Fleisch her, Alter. Ich glaub's. Hallo? Ja, deine Items liegen da. Ja komm, wir laufen hier hinten lang. Ich bin nicht dafür. Ja. Ja. Ne, 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 ne. Ich führ uns, ja. Du bist der Führer, aber. Joa, warum nicht, ne? Also kann ich gerne machen, aber kein Problem. Okay, ich bin Führer. Nein, egal, nichts rechtsradikales. Nee, nee, Quatsch, nee, nee. Wo bleibt ihr denn? Sack dir nicht. Ja, keine Ahnung, warum bist du? Ja, ich hab dein Ei aufgehoben, ne? Was du verloren hast. Ach, da ist ein zweites Ei. Ja, ist nur nett von dir. Nett von dir. Mensch gut. Ich find dich irgendwie nicht mehr. Ja, also wir sind beisammen, aber du, ach so. Ich bin doch hier. Alter, ich kann auch nicht fliegen. So, wie ist der Superman oder so, nee. Superman! Nein, du meinst Superschlampe. Ey, hier sind Schweine. Ey, da gibt's auf YouTube ne Verarsche, Alter. Das ist geil. Lass sie eben die Schweine mitnehmen. Ja, hier sind sogar. Schafe sind hier. Schafe sind, ey. Lass sie eben mitnehmen, weil dann können wir uns, äh... Ja, ich muss dir grad... Kacke, ich tut schon wieder, ich tut schon wieder ein Aim-Bot-Skeletten. Ja. Oh, ich hab's getötet. Hab's getötet. Oh Gott! Ich werd wieder misshandeln von den kleinen Kindern, Alter. Kinder-Misshandlung, Alter. Ja, unfassbar hier. Guck mal hier, der Krier auf der Fresse. So, wir gehen hier entlang, weil da hinten sind Skeletter und so'n Scheiße. Also, ja, mit Gomp. Ey, guck mal, die schöne Blühne müssen wir doch nicht nehmen. Ja, 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 blabarabara. Und die Locos blödlooo. Blabarabara. Ähm, was für ein Stil wollen wir denn überhaupt... Ne, 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 ne. Was für ein Stil wollen wir denn bauen? Auf jeden Fall am Meer so. So am Meer? Ja, das ist cool. Das gefällt mir. Könnt ihr mir sagen, wo ihr seid? Lieber so im altmodischen Stil, oder? Ähm, hallo, schau mal hier um. Warte, hier um. Ja, ich seh, ich hab dich schon gesehen. Ja, ich denk mal schon, wa? Das macht ihr keine Sorgen. Ich hab ja in zwei Weilen den Spawn gebraucht. Der Variante könnte man bauen. Auch, sag ich. Ja, wende mit. Ah, fuck, ich hab jetzt nur noch anderthalb. Ähm, bauen sie mal hoch. Warte mal. Wird schon hoch, wa? Mir doch egal. Hier oben. Uns wird schon wieder Tark, sehr gut. Ja, ja, ja. Nein, echt, Paul, wenn der Mond untergeht, dann wird es Tark. Ne. Ja, komm, wir laufen. Wir laufen mal hier im Platz. Hallo, 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 hallo. Warte mal, ihr seid hier hinten egal. Uh, guck mal. Uh, nett, nett. Mega, mega. Schaut schon kriegen. Ja, komm mal zurück, wo eben auch du hingelaufen bist. Hallo? Hier. Also, wir haben uns gefunden. Willst du hier oben bauen, oder was? Ja, komm mal hier entlang. Ich glaub, hier kann man gut dagegen. Guck mal. Bist du hinten gerannt? Guck mal hier, ne coole Aussicht. Ja, super Aussicht. Ich mach mal, ich mach mal rechtes Filmschatz. Wo bist du denn hin? Der ist doch da rechts, da. Hier, hallo. Hier. Paul, hier kannst du ein gutes Filmschatz machen eigentlich. Na ja, stimmt. Okay, dann machen wir mal ganz kurz hier. Feetshot. So, perfekt. So, das ist denn der folgenden Feetshot. Ich hab auch ein Feetshot gemacht. Sehr schön. Ja, das muss man beachten. Ich werd jetzt auf jeden Fall mal... Ja, du kannst das ja auch gebaut. Flieg, Jimbo! Oh, du auch noch. Ich muss aber hier entlang. Ich hab keinen Bock dahin, die Wand hochzuklettern. Weil Klettern im Minecraft ist ganz schwer. Ja, nicht so leicht. Hä, wo gehen wir denn jetzt wieder hin? Ja, wir gehen jetzt hier in die Richtung. Oh, was ist denn hier los, Alter? Wieder Chancepower oder was? Chancepower hier, ey. Wie viel hast du den Server gegeben? Zwei Gigabyte? Ja, das soll doch nicht damit sein. Zwei Gigabyte, ja. Weil ich, äh, äh, Paul, du hast einen Pfeil im Kopf. Jetzt nicht mehr. Schade. Boah. Schon vielleicht. Ach ja, komm, Alter. Das Server hast du wieder in fünf Minuten oder was? Paul, du kommst jetzt mal her? Wo bist du jetzt hin? Ja, warte mal. Ja, keine Ahnung. Ey, Paul, ich hab nur anderthalb Herzen. Könntest du mir... Ja, komm her. Ich hab noch was zu essen. Komm hier hoch. Ja, komm, versuch irgendwie hochzukommen. Ja. Ja, keine Ahnung. Bau dich hoch, schlag dich hoch, was weiß ich. Warte, ich scheiß die Essen runter. Hier, warte, bleib... Ah, fuck, ich bin runtergeklatscht. Hier, Essen. Wo bist du? Ja, nein, ist doch egal, ich hab die Essen hier auch. Also ich bin Gorilla, ich sitz hier auf dem Baum, also ich warte auf euch. Wo seid ihr? Ja, warte, ich baue mich grad hoch. So, ich bin oben. Aber wo bist du jetzt genau? Hallo? Siehst du mich? Ah, da unten seid ihr schon. Nein, wir sind hier oben, also wir bauen uns gerade hoch. Ja, ich hab ja extra gesagt, geht nicht da her, ich bin hinter dir holz. Ja, da sind wir halt hingeklatscht. So. Hier seid ihr halt immer behindert. Wir gehen aber immer hier entlang. Ah, ah, ah. Oh, da läuft ein Creeper hinter euch her, ne? Also... Hinter mir? Nee, der nächste. Nee, der liegt vielleicht auch nicht hinter mir. Nee, der Paul. Ah! Plötzlich erstmal wieder runter. Ja. Ja. Ja.